Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 15. Runde der Typiker Bundesliga. Wir treffen am Samstag um 17 Uhr auswärts in der Cashpoint Arena auf den SCR Altdach. Bei mir begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Bevor es zum Tagesgeschäft geht, aber noch kurz zu einem traurigen Punkt. Wir haben gestern die Nachricht aus dem Iran erhalten, dass Mehrdad Minnawand mit nur 45 Jahren verstorben ist. Er hat 99 Spiele für den SK Sturm bestritten. Einmal Meister, einmal Cup-Sieger, einmal Super-Cup-Sieger. Und er war auch Teil der legendären Champions-League-Mannschaft. Darf vom gesamten Verein unser herzlichstes Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden, lieber Mehrdad. Und ich glaube, Chris, du hast ja auch ein paar persönliche Erinnerungen an den Mehrdad Minnawand. Ja, natürlich eine sehr traurige Nachricht. Ich habe es ja gestern dann mitbekommen, während dem Bundesligaspiel WRC gegen den LASC. Erinnert man sich natürlich zurück an seine klare Zeit. Er war ja Teil dieser großen Sturm-Mannschaft. Meister war ein Cup-Sieger, Champions League gespielt. Ja, war auf der linken Seite, die er da beackert hat. Sicher ein Spieler, den man zu dieser Zeit dann als Fan oder aufmerksamer Verfolger der Sturm-Mannschaft da schon sehr intensiv mitbekommen hat. Dann schauen wir aufs Tagesgeschäft. Hat die Mannschaft gegen Hartberg die Reaktion gezeigt, die du dir erwartet hast nach dem Rapidspiel? Ja, definitiv. Also es war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Wir haben Hartberg da von Beginn weg wirklich in allen Phasen des Spiels dominiert. Und Hartberg ist ja eine Mannschaft, die schon ein sehr herausfordernder Gegner ist. Man muss da im Spiel gegen den Ball wirklich als gesamtes Team sehr, sehr präsent sein. Die Laufwege müssen passen. Duellqualität, griffig muss man da sein in den Duellen. Und auch im Spiel mit dem Ball haben wir Lösungen gefunden gegen eine sehr kompakte Mannschaft. Haben uns mit die zwei Tore belohnt. Es war ein sehr beeindruckender Auftritt, eine sehr beeindruckende Reaktion. Haben dann aber natürlich dann, wie man mit diesem zweiten Tor, dann haben wir ein bisschen diese Angriffsfrequenz, diese hohe Angriffsfrequenz, die wir gehabt haben, dann auch nicht mehr halten können. Hartberg ist aufgekommen, mutiger geworden. Haben sich ja mit dem Tor belohnt. Und mit diesem Gegentor quasi sind wir dann auch, ja, es ist das Spiel wieder offen geworden, Spiel wieder spannend geworden. Haben aber dann auch alles kontrolliert, dann bis zum Schluss nicht mehr viel zugelassen. Aber es war dann schon ein ausgeglichenes Spiel und über die zweite Halbzeit haben wir uns dann schon jetzt am gestrigen Tag dann intensiv unterhalten müssen. Zu diesem Spiel bzw. zur Berichterstattung zu diesem Spiel gibt es eine Frage von Walter Kovac-Schwarz von der APA. Wie sehen Sie den Titel in einem steirischen Medium, das geschrieben hat, ein verdient glücklicher Sieg? Dass er verdient war, der Meinung bin ich schon, wenn man das ganze Spiel sieht. Wie gesagt, wir haben kaum etwas zugelassen, haben die erste Halbzeit schon dominiert. Deshalb war es für mich schon ein guter Auftritt, ein verdienter Sieg. Ja, wenn man dann das Wort glücklich auch dabei haben möchte, dann kann ich vielleicht irgendwie einen Hermann Gerland zitieren. Bayern, Co-Trainer-Legende, der einmal gesagt hat, immer Glück ist danach eine Form von Können. Und ich glaube, das passt dann ganz gut zu dem Spiel. Okay, dann schauen wir ein bisschen zurück. Welche Dinge haben dir denn am besten gefallen beim Spiel gegen Hartberg? War es das 2 zu 0, das in der Entstehung ja wirklich, glaube ich, bilderbuchartig für deine Idee vom Fußball war, oder? Es war ein schönes Tor, es war ein Umschaltmoment. Der Otto hat beim Ballgewinn wirklich einen kompromisslosen Zweikampf geführt, den wir vielleicht die Tage davor gegen Rapid nicht in der Form geführt hätten. Das war dann natürlich auch der Ball, den der Kevin dann für den Janschi in die Tiefe spielt. War dann wirklich ein genialer Pass und genauso der Abschluss. Also sehr, sehr schönes Tor, aber war genau das erste Tor für mich richtig schön. Vor allem auch, wie der Kitte dort trifft den Ball. Aber insgesamt ist mir viel wichtiger, wie wir auftreten als Mannschaft, wie wir geschlossen das Spiel dann begonnen haben. Das sind Dinge, die mir dann ganz besonders gefallen haben. Dass wir einfach in jeder Phase das umgesetzt haben, in unseren Prinzipien gespielt haben, wie wir es uns vorgenommen haben. Aber ich wünsche mir dann auch noch, dass wir diese Art von Dominanz dann nicht nur 30 Minuten, 35 Minuten am Platz bringen, sondern auch 90 Minuten sein können. Nach Betrachtung ist intern abgeschlossen. Blick geht nach vorne. Am Samstag wartet Alltag. Die erleben bis jetzt eine relativ schwierige Saison. Wie schärfst du für deine Mannschaft die Sinne für den Auftritt am Samstag? Ja, wie schärfe ich die Sinne? Es ist, glaube ich, zeichnet eine große Mannschaft aus. Es ist unabhängig vom Gegner, unabhängig von jeglicher Witterung oder sonstigen Gegebenheiten. Alle drei bis vier Tage schaffen, immer ein Niveau abzurufen, eine gewisse Form, eine Höhe von einem Niveau abzurufen. Und das müssen wir hinkriegen, wenn wir eine große Mannschaft werden wollen. Dass wir jetzt ein paar Tage nach dem Hardback-Spiel schon wieder am Top-Level sind, in dem Bereich, den wir kontrollieren können, wirklich performen. Auf das müssen wir uns vorbereiten. Alltag hat natürlich auch eine schwere Saison. Aber für mich sind es trotzdem, und da braucht man sich auch nur die erste Halbzeit gegen Red Bull Salzburg anschauen, da wo es kaum etwas zugelassen haben. Oder gestern, zweite Halbzeit gegen Wartens, wo sich dann auch mit dem Tausch oder mit dem, dass das Ongue dann ins Spiel gekommen ist, das Spiel absolut am Ball kontrolliert haben. Da finde ich sowieso eine große Qualität im Ballbesitzspiel. Und deshalb warten auf uns schon. Ein Gegner, der seine Qualitäten hat, den wir richtig einschätzen müssen. Wichtig ist aber, dass wir unser Spiel dort spielen können. Und ja, dann ist sicher eine große Möglichkeit da auch für den nächsten Erfolg. Gerade eine Frage reingekommen in unserem Zoom-Meeting von Georg Kallinger von der Kronenzeitung. Eine lustig gemeinte Frage, schreibt er für Alltag. Zuletzt waren die Sturmspieler gegen Hartberg Honigdachse. O-Ton, unser Co-Trainer Uwe Hölzl. Welche tierischen Eigenschaften braucht man als Favorit mit 20 Punkten mehr in Alltag, um dort zu bestehen? Ja, definitiv braucht man Gewinner-Mentalität. Und wir haben die beschrieben für uns als Honigdachs-Mentalität. Und wenn man diese Form von Mentalität am Platz bringt, dieses furchtlose, erschrockene, unseren Weggehen, unseren Stil, der uns auszeichnet, die Tugenden, die uns auszeichnen, wenn wir die am Platz bringen, dann sind wir für jeden Gegner eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft. Und ja, das muss uns gelingen, egal in welchem Spiel, ob das jetzt gegen Alltag oder Red Bull Salzburg geht, da gibt es nicht viele Unterschiede. Es gibt keine leichten Aufgaben in der österreichischen Bundesliga und auf das werden wir uns top vorbereiten und das wollen wir dann unbedingt umsetzen am Samstagabend. Die zweite Frage von Georg Kallinger schließt da ungefähr an. Sturm war in den letzten Jahren meist Seriensieger gegen Alltag. Gibt es so etwas wie Lieblingsgegner überhaupt im Fußball und ist Alltag einer von dir als Trainer? Ich kann es nur allgemein sagen. Wer glaubt, es wird ein Spaziergang in Alltag, der wird dann am Samstagabend eine böse Überraschung erleben. Wie ich vorhin gesagt habe, diese Mannschaft hat genügend Möglichkeiten, auch sehr, sehr gut Fußball zu spielen, schafft es auch sehr, sehr gut die Räume eng zu halten. Von dem her wollen wir uns einfach auf eine Top-Leistung vorbereiten. Lieblingsgegner, wir haben jetzt im Herbst, im September, haben wir zwar 4 zu 0 gewonnen, aber es war dann auch nicht so einfach das Spiel. Wir waren dann muss man, ja da braucht man eine gewisse Geduld in so einem Spiel. Von dem her Lieblingsgegner. Bei der Austria im letzten Jahr haben wir sehr oft gegen Alltag gespielt, weil sie dann auch in dieser Qualifikationsgruppe unser Gegner waren. Wahrscheinlich unser härterster Gegner. Wir haben es dann auch in diesem kleinen Finale um die Europa League-Plätze noch gehabt. Es waren richtig harte Fights gegen Alltag und genau auf das werden wir uns auch vorbereiten. Auch gegen die WSG ist Alltag gestern sehr tief gestanden, anfangs. Wie erwartest du den Gegner am Samstag? Ja, grundsätzlich erwartet man ein bisschen anders von der Ausrichtung. Aber es ist nicht so entscheidend jetzt. Wie gesagt, wir wollen uns einfach immer fokussieren. Wir wollen unsere Gegner ernst nehmen, respektieren. Aber es ist all entscheidend ist, dass wir einfach schaffen, in einer englischen Runde, in einer Woche, wo ein hoher Spielerrhythmus ist, dass wir einfach mental, körperlich voll präsent wieder sind und auch fußballisch von der Qualität ein richtig gutes Fußballspiel am Platz bringen. Wenn du schon das Körperliche ansprichst, ein kurzes Fitness-Update. Wie geht es deinen Jungs nach diesen anstrengenden Tagen? Ja, zweiter Tag nach dem Spiel ist für uns immer so ein Ladetag quasi. Wir haben jetzt im Training heute inhaltlich wenig gemacht. Es war wichtig, dass die Jungs in Bewegung kommen. Dass sie sich aber auch über den Tag gut erholen, dass sie sich gut ernähren, viel schlafen. Es ist schon wichtig, physisch und psychisch einfach frisch zu werden, bereit zu sein für ein nächstes Bundesligaspiel. Kurzer Blick auf die Anreise nach Alltag. Wie wird die ausfallen? Und Walter Kovac-Schwarz, weißt du schon, was erleichtert der Flug die Vorbereitung? Ja, wie gesagt, wir haben morgen dann am Nachmittag das Abschlusstraining. Danach geht es mit Charterflug nach Friedrichshafen, dann kurze Busfahrt ins Mannschaftshotel, am Samstag noch anschwitzen, aktivieren und dann werden wir bereit sein für das Spiel. Aber wie gesagt, das ist knapp, knackig, kurze Zeit, ein paar Besprechungen noch, wo wir uns aufs Wesentliche vorbereiten. Aber der Flug erleichtert das definitiv, weil es einfach eine lange Busfahrt jetzt nicht so ideal war, weil die Spieler schon eine gewisse Müdigkeit mitnehmen. Walter Kovac-Schwarz hat auch immer das große Bild im Blick. Du hast im Dezember vom Flow-Zustand gesprochen. Wie weit ist Sturm Graz jetzt vom Flow des Herbstes und des Winters entfernt? Ja, im Winter haben wir ja noch, der hat uns fest im Griff. Ich glaube auch im Westen Österreichs ist er richtig präsent. Also was den Flow betrifft, ich sage einmal so, ins 2021er-Jahr haben wir uns einmal reinarbeiten müssen. Also es waren keine einfachen Spiele, es waren einmal starke Gegner mit WRC Rapid. Wir haben dann auch mit diesen Ausschlüssen, extrem frühen Ausschluss schon beim WRC, Rapid dann auch noch eine Unterzahl. Es waren keine einfachen Spiele, auch Rückstände dann nachzulaufen bei Rapid. Also rein arbeiten, es ist nicht so leicht von der Hand gegangen, wie es phasenweise im Herbst war. Aber der Sieg gegen Hartberg hat uns natürlich schon sehr, sehr gut getan. Wir fahren mit einem guten Gefühl oder fliegen mit einem guten Gefühl ins Ländle. Und da müssen wir aber gleich wieder einen draufsetzen, denn mit Erfolgserlebnissen, die in einer kurzen Folge aufeinander kommen, kann man sich dann natürlich auch wieder in einem Flow und in einem richtig guten Zustand spielen. Weitere Frage von der APA. Jetzt geht es in die Heimat des jungen Jan Stefanon. Der ist bei Lustenau gelandet. Hat der Sturm noch Interesse oder plant man stärker mit Martin Krinzer? Ja, sind beide einmal sehr interessante Spieler. Ich glaube, beide befinden sich bei Klubs in der 2. Liga, wo sie sich optimal entwickeln können, wo sie für ihre Entwicklung optimale Herausforderungen bekommen, die sie sich stellen müssen, die sie jetzt annehmen werden. Sie sind in unserer Beobachtung und wir werden genau schauen, wie es den beiden dort geht. Dann vielen Dank wieder einmal für die Zeit. Wir wünschen alles Gute für Samstag um 17 Uhr in Alltag. Danke auch zu Hause fürs Dabeisein und alles Gute.